. Genau wie Detlef-Soß Daniela Katzenberger bekommt Abfuhr von RTL. Jedes Streu, das die Katze mit ihren Pfoten berührt, wird zu Gold. Nur ihre neue Show war nicht von Erfolg gekrönt. . Der Sender zieht jetzt Konsequenzen zum Nachteil von Daniela Katzenberger. . Daniela Katzenberger und Detlef-Soß haben beim Münchner Privatsender RTL derzeit keine guten Aussichten auf eine Rückkehr ins Programm. . Beide starteten 2017 mit jeweils neun Shows. Die 31-Jährige wird ihre Sendung drei boxen, dein Stüll nicht fortsetzen, wie ein Sprecher des Senders auf Anfrage sagte. . Das Brankenmagazins-DWDL.de hatte zuerst darüber berichtet. . Grund dafür sei die magere Ausbeute beim Zielpublikum zwischen 14 und 49 Jahren Der Marktanteil lag bei etwa 3 Prozent pro Ausgabe. . . Auch für Detlef-Soß geht es nicht weiter. . . Der 47-Jährige hatte im September und Oktober nachmittags einen Talken-Guter, alter Manier präsentiert. . Doch das Publikum ging nicht so darauf ein wie erhofft. . . Der Marktanteil kam im Schnitt nicht über die 4-Prozent-Marke. .